Ich begrüße dich auf den Podcast. Wir sind überzeugt, dass genau diese Predigt zu dir wird reden. Darum du dein Herz auf, für das, was Gott sagt, diese Predigt zu dir. Geben wir alle neu mit dem Podcast einen herzlichen Applaus. Wenn du mal in der Nähe bist, würde es uns extrem freuen, dich auch mal hier im Saal zu begrüssen. Oder vielleicht hast du schon mal Zeit, dich bei einem Livestream einzuschalten, um auch eine ganze Celebration zu erleben, auch dich durch eine Worship oder auch durch eine Collect-Ansage oder eine Begrüßung zu ermutigen. Wir werden dich sowieso immer wieder unter der Woche ermutigen. Wenn du unseren YouTube-Channel noch nicht abonniert hast oder schon lange nicht mehr bist, gehst du mal wieder vorbei, wir haben da Predigt drauf, Begrüßungen drauf, Songs drauf, Coffee-Talks drauf und viel anderes, die dir helfen, dran zu bleiben, mit unserem Gott auch gerade unter der Woche dich immer wieder zu inspirieren, dass du vorwärtskommen kannst in deinem Glauben. Über das Thema, das ich heute Morgen sprechen möchte, ist, wir sind umgehend von der Grösse von unserem Gott im Himmel. Wir alle erleben Zeiten in unserem Leben, wo es nicht rund läuft. Zeiten, wo wir Fragen haben, Zeiten, wo wir anstehen. Zeiten, wo wir, obwohl wir alles richtig machen oder das machen, wo wir das Gefühl haben, wo Gott uns aufs Herz legt, es trotzdem nicht scheint, vorwärts zu gehen. Wir stehen einfach an. Und irgendwie sind wir wie umgehend von all den Noten, Problemen und Fragen und Ängsten. Und dann kann es gut sein, dass wir zu uns selber sagen, ich werde nie mehr aus dieser Not rauskommen, ich werde nie mehr die Probleme bewältigen können, ich bin wie umzingelt von all dem Negativen, ich bin umzingelt von dem Hoffnungslosen, ich bin umzingelt von Noten und Problemen. Wenn wir im Glauben schauen oder auch über den Glauben reden, dann sehen wir, dass es ganz normal ist, es gehört dazu, dass wir Probleme haben. Es gehört auch dazu, dass wir in Herausforderungen stehen. Wir lesen nie in der Bibel, dass Gott uns ein Leben versprochen hat, wo wir einfach von Sagen zu Sagen gehen können, wo es immer rund läuft, wo wir nie mehr Fragen haben, nie mehr Probleme haben, nie mehr Herausforderungen haben und nie mehr mit Noten in unserem Leben konfrontiert werden. Aber die Frage ist, wie gehen wir um damit? Oder anders gesagt, wir haben eine Hoffnung, die grösser ist als nur, gerade dann irgendwo einen Weg zu finden in unserer Not, damit wir irgendwo wieder ein bisschen leicht sehen können. Sondern Gott verspricht uns in der Bibel, dass er uns umgibt, trotz der Nöte, trotz der Ängsten und trotz der Herausforderungen, mit seiner Grösse und mit seiner Kraft, die grösser und stärker ist. Wir lesen auch in der Bibel, dass Gott das letzte Wort wird haben. Nicht unsere Umstände, nicht die Welt, wo wir drinnen leben, nicht auch unsere Ängste und unsere Fragen, sondern Gott wird das letzte Wort haben, immer und immer wieder, und es wird ein gutes Wort sein. Dass Gott das letzte Wort wird haben und wie Gott ihn beschützt hat, das lesen wir auch in einer Geschichte aus der Bibel, nämlich die Geschichte vom Diener, von Elisa. Der Elisa war ein Prophet im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, im ersten Buch der Bibel, und der Elisa hat ganz, ganz viel bewegt für Gott. Er hat Wunder getan, er hat Menschen geheilt, er hat auch vorausgesagt, was wird kommen und wird passieren. Und an dem hatten nicht immer alle Freude. Nicht immer fanden alle cool, was Elisa sagt und was er bewegt. Und so fand er auch einen König, der ihn nach dem Leben trachtet hat, und alles daran gesetzt hat, herauszufinden, wo Elisa zu Hause ist. Eines Tages hat er herausgefunden, wo er wohnt, und er kommt, der König, mit seinem ganzen Herr umzingelt, den Ort, wo Elisa gewohnt hat. Wir lesen hier, Also schickte der König von Aram bei Nacht ein grosses Herr mit vielen Streitwagen und Pferden, dass die Stadt umzingelte. Als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, Pferden und Streitwagen. Er hat gerade wieder reichen Säge, der sagte, Mein Herr, was sollen wir tun? Oder ich sage mir vor, am Morgen früh, der Diener als Erster aufgestanden, hat sein Kaffee rausgelassen, geht mit dem Kaffeetassel in den Hang, so raus, oder was machst du ja? Was tust du als Erstes abchecken, nachdem du dein Kaffee in den Hang hast? Wir gehen heute nichts mehr raus dafür, wir machen das Wetter-App auf, und schauen, wie wird das Wetter. Das App hat der Diener nicht gehabt. Darum ist er raus und wollte schauen, wie sieht das Wetter aus? Brauche ich einen langen, warmen Mantel? Oder muss ich noch gleich führen? Oder wie kann ich schauen, ob es einem Elisa, der wirklich auch gut geht, schaut so rauf in den Kaffee-Tassel in den Hang, und plötzlich schaut er vorhin, BAM! Das Kaffee-Tassel in den Boden. Lass gehen! Weil er sieht drumherum, vorne, hinten, links, rechts, also hinten war das Haus, sorry, aber drumherum. Eine Riesenarmee, von dem König, der nach dem Leben von Elisa trachtet. Er geht ein und sagt, Elisa, wir haben ein riesen, fettes Problem. Wir sind umzingelt von deinen Finden. Die Stadt ist umzingelt von all dem, was uns schaden will, was nicht gut geht mit uns. Elisa, jetzt ist alles vorbei. Das sagt Elisa, ganz locker, ganz einfach, obwohl es noch morgen früh war. Vielleicht hat er ihn nicht weg, frisch aus dem Bett geholt, da sind nicht alle locker und gut getroffen. Ich kann mir vorstellen, er hat einen Kudel gesagt, Elisa, jetzt musst du aufstehen. Oh, was willst du? Gut, dann ist er schauen. Und dann sagt er ganz einfach zu ihm, «Hab keine Angst mit ihnen, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer.» Und er betete, «Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen.» Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, ganz spannend, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Also der Diener kommt draussen mit dem Elisa, der Elisa sagt, «Herr, tu ihm die Augen auf!» Und dann tut der Diener wieder die Augen, also er hat ja die Augen schon offen gehabt, aber das sind die geistlichen Augen, die wir manchmal schon zu haben in unserem Leben. Die geistlichen Augen, die nicht sehen, was Gott ihm tut. Die geistlichen Augen, die den Glauben verloren haben. Unsere geistlichen Augen, die manchmal blingend sind und wir lassen uns nur noch von Realität blenden lassen. Wir sehen nur noch, was da ist. Wir sehen die Presse, die uns sagt, wie die Welt wird zu Boden gehen. Wir sehen auch die Umstände, die nicht gut laufen in dieser Welt und wir vergessen dabei so schnell, dass es eigentlich einen Gott gibt, der für uns ist. Dass es einen Gott gibt, der in der Bibel sagt, er wird das letzte Wort haben. Und es wird ein gutes Wort sein, auch im Himmel. Und er, der Wert, der vergehen, sein Wort wird bleiben, bestehen. Wir haben einen Gott, der grösser und stärker ist als alles, was gegen uns scheint zu sein. Und genau diese Augen gibt Gott, dem Diener von Elisa, auf den Ort. Plötzlich sieht er ein Riesenherr, der das Herr vom Feind, von Elisa, wie umgezingelt hat. Und spannend ist, wir lesen beim Herr, der Elisa umgezingelt hat, dass es die ganze Stadt umgezingelt hat. Jetzt aber kommt Gott ins Spiel. Und Gott ist viel krasser. Wir lesen nämlich, dass das Bergland, nicht nur die Städte, das ganze Bergland, könnte ich sagen, das ganze Ämmetal, egal von wo du kommst, kommst du aus dem Aarental, das ganze Aarental, kommst du aus Bern, das ist nicht nur die Stadt Bern, sondern die ganze Region Bern. Wir könnten sagen, der ganze Kanton Bern. Einfach alles. Dass das ganze Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Also nicht nur die Stadt, sondern noch viel grösser drumherum ist die Macht und Kraft von Gott. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, ist mir etwas bewusst geworden, was ich lange so nicht geredet habe. Mir ist bewusst geworden, dass Gottes Grösse und seine Macht uns umgibt. Egal, was uns umgibt, Gott ist grösser und umgibt eigentlich alles. Wenn ich das schnell in einer Zeichnung probieren weiterzugeben, ist es noch recht kompliziert, das einfach so zu erklären. Wir haben hier uns. Was bist du? Ein Mann oder eine Frau? Und das ist unsere Welt, in der wir drinnen leben. Es ist unsere Familie, es ist unser Wärter, es ist unsere Identität, es ist unser Umfeld, es ist unser Job, unsere Kirche. Dort sind wir drin. Und dann gibt es Situationen in unserem Leben, die uns wie finden, wie umzingeln. Es kann Ängste sein, es kann Nöte sein, es kann Sucht sein, es kann Probleme sein, es kann Versagen sein, und so weiter. Einfach alles, was uns probiert, wie einzunehmen. Und manchmal gibt es Momente, in denen wir wirklich nichts mehr weitersehen. Es ist unser Leben wie am Ende, wir sagen, Gott, ich weiss nicht mehr, wie weiter. Ich weiss nicht mehr, das Problem, ich weiss nicht mehr, wie lösen. Wir sind wie umzingelt, wie die Finden von Elisa, sind wir umzingelt von diesen Finden in unserem Leben. Und dann manchmal kann es sein, dass wir dann das Gefühl haben, jetzt müssen wir besonders gut beten, jetzt müssen wir besonders gut uns anstrengen, und wir müssen wie Gott einladen, da rein. Gott muss jetzt kommen, vom Himmel oben runter, und muss in die Not hineinkommen. Er muss in unsere Umstände hineinkommen. Und er sollte hier ein Wunder doch jetzt tun können. Wenn wir jetzt hier bei der Geschichte schauen, sehen wir ganz etwas anderes. Gott muss gar nicht kommen, weil wir lese in der Bibel, dass Gott schon lange da ist, wo eigentlich alles umzingelt, was uns umzingelt. Gott ist da. Wir lese in der Bibel, für all diejenigen, die glauben und Gott vertrauen, ist Gott da. Er war schon lange da. Und das ist auch bei Elisa passiert, das ist Elisa für eine Diener gebetet, da hat gesagt, du nimm die Augen auf, dass er sieht, wie Gott da ist. Also all deine Nöten, all deine Probleme, all deine Krankheiten, all deine Schulden, all deine Sachen, die dich wie wei ausbremsen darfst, du wissen, sie umzingelt von der Kraft, und der Macht und der Grösse von unserem Gott im Himmel. Gott ist da. Du und ich, wir sind umgegangen von der Grösse von unserem Gott im Himmel. Wir lesen das auch schön im Psalm 3 wieder. David sagt, Herr, ich habe so viele Feinde und meine Gegner sind so zahlreich. Er sagt weiter unten in diesem Psalm, meine Feinde sind zehntausende von Menschen, Männer und Stimmen, die gegen mich sind. Und er sagt David weiter, so viele sagen über mich, Gott wird ihn nicht retten. Vielleicht hast du das auch schon selber zu dir gesagt. Du warst in deinem Leben, hast deine Umstände und dann hast du dir selber gesagt, schau, wenn es wirklich einen Gott gibt, der einen Plan hat für mein Leben, warum erlebe ich denn das? Warum muss ich durch diese Herausforderung durch? Warum muss ich diesen Kampf kämpfen? Das kann doch nicht sein. Also, und dann bist du drauf und dran, wie Gott aufzugeben. Vielleicht sagen dir Stimmen in deinen Gedanken oder in deinem Umfeld. Schau, wenn doch Gott da wäre, dann würdest du doch das nicht erleben. Schau, Gott wird dich nicht mehr retten. Gott hat dich vergessen. Gott ist gar nicht da. Gott hat keinen Plan mit dir. Wer bist du schon, dass du das Gefühl hast, Gott ist auf deiner Seite. Wenn wir aber jetzt wieder eintauchen beim David, sehen wir, wie David ganz spannend sagt, es gibt zwar Leute, die mir sagen, dass Gott mich vergessen hat. Aber David hat mehr gewusst über sich selber und über sein Leben. Er sagt nämlich, doch du, Herr, umgisch mich. Du umgisch mich. All meine Erfinden und all das, was gegen mich ist, umgisch du. Du bist mein Schutz, du bist meine Ehre und du wirst mich wieder aufrichten. David hat das Geheimnis gebetet. Er hat verstanden, dass Gott da ist. Und alles, was ihn umgibt, all die Menschen, die gegen ihn sind, ist von Gottes Liebe, von Gottes Kraft, von Gottes Schutz, von Gottes Bewahrung und von Gottes Grösse umgehen. Darum möchte ich dich heute ermutigen, was wir mit unseren Augen sehen und wahrnehmen, ist nicht immer alles. Wenn wir wieder mit dem Glauben schauen, mit den geistlichen Augen schauen, dann sehen wir, es gibt noch etwas viel Größeres, ein vieles, grösseres Bild, nämlich wir haben einen Gott an unserer Seite, der uns wird und will umgehen mit seinem Schutz. Er wird uns schützen, er wird uns bewahren. Nicht, weil wir alles richtig gemacht haben, nicht, weil wir ihn probiert haben, unser Leben einzuholen, sondern weil wir geglaubt haben, dass er da ist, weil er schon da ist, weil er uns umgibt, weil er uns schützt und weil er immer wieder unser Bestes will und wird suchen. Ich persönlich zurück schaue auf mein Leben, auch schon so oft erleben darf, wie Gott mich geschützt hat, wie Gott mich bewahrt hat. Zum Beispiel, als wir frisch geiratet haben, hatten wir ein wunderschönes Auto, Peugeot 206 Quicksilver Edition Graal, wunderschön. Ich hatte so Freude und der Peugeot ist auch so gut gefahren. Und dann habe ich mir wirklich Freude gehabt, diesem Auto noch keine Kinder zu haben, ich bin viel Auto gefahren, aber ich weiss noch, ich bin mal auf Thun gegangen, von Thunheim gefahren und vielleicht hast du das auch schon erlebt, du fährst und dann hast einen vor dir, der fährt im 80er 75, im 50er 45 und irgendwann verlierst du die Nerve. Und dann habe ich gedacht, als wir durch Bigle durchgefahren sind, kommst du doch bei Bigle raus und jetzt hat es dort so ein Högerli. Habt ihr das auch schon erlebt? Da kannst du mit viel Gas so ein bisschen drüber fliegen. Jetzt ist es lustig, mit Kindern drin und so. Aber es kann das Auto kaputt machen. Gut, das Högerli, ganz wichtig, hat es dann noch nicht gegeben, ich habe manchmal das Gefühl, ist wegen mir dort. Gut, und es ist dann auch noch schneller gewesen. Du bist nicht gerade in einer schönen bremseten 60er reinkommen, sondern es ist glaube offen gewesen, nach dem 50er getroffen. Und ich bin auch gefahren und dachte, oh, 50er durchgestrichen, jetzt gehe ich auf das Gas. Und dann bin ich schon gefahren, sage ich euch. Und ich habe überholt, sage ich euch, kein Högerli da, freie Bahn, keiner ist entgegengekommen und plötzlich hat es angefangen zu drehen. Das ist nicht, weil ich nicht Auto fahren könnte, sondern weil ich ein Zeichen nicht gesehen habe oder nicht gekannt habe. Das Splitt. Es ist gesplittet auf der Strasse. Weil ich irgendwie ein bisschen schnell überholt habe und auch ein bisschen schnell habe ich wieder, bin ich in die Schleudern gekommen und dann hat es der Karre einmal so überstellt, also einmal streit und dann auf dem Kopf gelandet und dann bin ich im Bachbett gewesen. Gut, ich bin ausgestiegen, ich durfte jetzt verleben in einem Airbag funktionieren und kein Kratzer, kein Schleudertrauma, aber nein, der Karre angeschaut und dann habe ich gesehen, dass der Beifahrersitz, also der Karre hat dann total Schaden, das ist ein bisschen dramatisch, wenn ich das noch sagen, ja, also der ist wirklich total Schaden fertig für Bifinito. Gut, aber ich habe dann in den Beifahrersitz geschaut und dann habe ich gesehen, wie das Dach auf einem Stein geredet ist und bei dem Beifahrersitz eingedrückt war es bis zum Fahrersitz runter. Ich dachte, Gott sei Dank hatte ich keinen Beifahrer und Gott sei Dank ist das Auto nicht ein bisschen weiter hin gelandet, weil dann wäre ich auch eine Geschichte. Und ich habe gemerkt, wie Gott geschaut hat. Und ich habe dann gemerkt, Gott hat auch noch einen Plan mit meinem Leben. Gottes Kraft und seine Größe hat mich umgegeben. Auch gerade in einem Moment, wo ich dir mal bewusst wahrgenommen habe, dass ich jetzt Gott auch wieder schauen sollte. Also wir haben mich noch auf den Sinn als jungen Giel. Ich bin auch bei die Jungschar gegangen. Das ist so eine Jugendbewegung für junge Gielen. Dann ist das noch nicht gemischt gewesen. Das war eigentlich nur Gielen. Die Mädchen waren für sich. Die waren im Basteln und die Gielen im Schlegeln. Und das war wirklich noch real Jungschar. Wir haben die biblischen Geschichten nachgemacht, vor allem dort, die immer Kriegen gab. Wir sind einfach im Alten Testament geblieben. Und wir haben das alles nachgespielt. Das war immer so spannend und interessant gewesen. Und eines Amstinami ist Dämmen Hochwasser gekommen. So hoch, wie ich es seither nie mehr gesehen habe. Wir sind dann unter die Holzbrücke spielen und irgendein Theater aufführen. Und ich war dort irgendein Häutling gewesen, mit mir eine Plache eingedeckt oder eine Königin, ich weiss nicht mehr. Und dann irgendwie, aus einem unerklärlichen Grund, hat mich einer in Dämmen gemüpft. Du musst dir das mal vorstellen, ich stehe dort so und habe mich mit einer in Dämmen. Und das ist Hochwasser. Und aus ganzem unerklärlichen Grund hat mein Jungscharleiter schnell reagiert. Also schon nochmal, das ist ja das Wunder. Du musst dir ganz schnell reagieren, dass du mich noch rausziehen kannst. Und er ist so auf einer Steigstange, hat mich rausziehen können, aber er ist auf einer Steigstange, der eigentlich gar nicht der zu ziehen. Er ist diesen Stein dann noch suchen. Er hat zu mir gesagt, ich habe keinen Stein mehr gefunden. Ich weiss nicht, auf was ich gestanden bin, aber ich konnte auf etwas stehen, dass ich dich rausziehen konnte. Und dann habe ich auch wieder wieder einmal mehr realisiert. Und Gott hat auch noch einen Plan mit meinem Leben. Gott hat auch noch etwas vor mit mir. Gottes Schutz und seine Macht ist da. Und schau zu mir. Oder dann, als wir das Movement verlassen haben, als wir uns dazu gezählt haben, die Bewegung, und dann hat der Schritt in die Eigenständigkeit als Open Life Church gewagt, in diesem Sommer habe ich eine Blutkrankheit bekommen. Eine Krankheit, die wir mir gesagt haben, nur 20% der Menschen haben eine Chance auf eine Spontanheilung. Und viele Leute stimmen, nein, nein, die Leute, aber stimmen haben mir gesagt, Spontanheilung ist unmöglich, lehre damit leben. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht lehren damit leben. Gott kann ein Wunder tun. Und wenn ich, nicht weiss wie, aber ich will zu diesen 20% gehören, wo nicht eine Spontanheilung, sondern ein Wunder von unserem Gott im Himmel erleben, genau zur richtigen Zeit, in der richtigen Phase hat Gott mich geheilt, weil ich bis heute geheilt von dieser Krankheit. Was will ich erzählen damit? Oder sage ich damit? Wenn wir auf unser Leben zurücksehen, glaube ich, sehen wir alle solche Momente, wo Gott uns bewahrt hat, wo Gott uns geschützt hat, wo Gottes Kraft uns umgegeben hat. Aber dann, glaube ich, gibt es ganz viele Momente, wo wir gar nicht schnau, dass Gott geschaut hat, wo wir gar nicht realisieren, dass Gott da ist, weil es einfach gut gelaufen ist. So einen Moment habe ich erlebt. Ich habe mich noch besinnt, als wir frische Kinder hatten, haben wir ein Giel von einer anderen Familie gehütet. Dann sind wir mit unseren Zweien und mit diesem Giel ein Dämmen. Es war kleine Stünke, die Dämmen kam dann nicht so hoch, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Es war einfach ein schönes, gäbiges Flüsschen, wo wir drei gehen gehen, gehen gehen, laufen, gehen spielen, und die Kinder wollten ein Stein schiessen. Wir haben nicht ein Nang angeschossen, sondern nicht Dämmen. Wir hatten einfach den Frieden. Wir sahen die Ämmen und mussten schauen, dass man über die Steine runterkommt. Die waren runtergeklettert, drei Dämmen zu spielen. Und dann sah ich, ich bin dann schon so drunter gestanden, und dann wollte ich gerade den Giel, den wir gehütet haben, runter. Und plötzlich sah ich so in meinem inneren Auge so ein geistes Blitzbild. Könnte man dem vielleicht sagen. Und ich sah, wie der Giel runterkommt, sich nicht halten kann, ganz blöd klingt, seine Nase aufschlägt, alle Zänge ausschlägt, das Mühl blüht, ganz schlimm einfach. Einfach nicht gerade alle Zänge, aber es hat dann mal strub ausgesehen, mein Bild. Und ich wollte eingreifen, aber es ist alles gut gegangen. Nichts passiert. Der ist einfach runter. Und wir haben gespielt, es war alles gut. Aber so allein laufen, denke ich, ja, Blaser, was machst du dir für Sorge? Alles gut, der übersorgliche Vater, was auch immer. Ich habe ein bisschen gelacht über mich selber, und wir laufen hoch, und plötzlich kommen so Blitzgedanke, was haben wir gekonnt? Blitzgedanke, du hast richtig gesehen, hätte ich nicht eingegriffen, wäre euch ein Tag ganz anders ausgegangen. Plötzlich habe ich realisiert, so oft greift Gott ein in unserem Leben, aber wir sehen es gar nicht. Warum? Weil es einfach gut läuft. Darum möchte ich uns ermutigen, jeden Morgen immer neu aufzustehen und neu alles gut ist in unserem Leben. Es ist nicht einfach gut, weil es gut ist, sondern es ist gut, weil Gott im Hintergrund und in unserer unsichtbaren Welt auch ganz oftmals eingegriffen hat, weil es könnte auch ganz anders rauskommen. Darum bin ich froh, dass meine Kinder einfach so gesund wieder nach Hause gekommen sind. Es könnte auch ganz anders gehen. Es geht oftmals ganz anders in unserem Leben, aber wir sehen es nicht, wenn es gut läuft, weil wir das Gefühl haben, es ist ja gut. Aber dabei vergessen wir, dass wir eigentlich nur umgegeben sind von der Grösse und der Macht von unserem Gott im Himmel. Und es ist nicht selbstverständlich, sondern immer wieder jeden Tag ein neues Wunder, wenn wir gesund aufstehen können. Ein neues Wunder, wie alles gut läuft. Ein neues Wunder, wie unsere Kinder gut getroffen sind, gesund sind. Ein neues Wunder, wie unsere Ehe gut läuft. Ein neues Wunder, wie wir aufstehen können und unser Job noch da ist. Es ist immer und immer wieder ein Wunder, das Gott im Hintergrund eingegriffen und uns bewahrt hat. Das sehen wir auch bei dieser Geschichte von diesen drei jungen Mannen aus der Bibel. Eine Geschichte, die vielleicht die einen oder anderen kennen. Sie sind herausgefordert gewesen, zu ihrem Glauben Stellung zu beziehen. Es waren drei hebräische Jungs, die in einem fremden Land gelebt haben. Der König von diesem Land hatte das Gefühl, er wolle jetzt eine Statue bauen von sich und jeder soll sich dort verneigen von ihm. Er hat das Volk zusammengehalten und gesagt, das ist ein neuer Gott, den betet er jetzt an. Und jetzt geht er alle auf die Knoe und betet er das Goldbild an. Die drei Jungs haben gesagt, nein, wir beten nur einen Gott an. Das ist unser Gott im Himmel, der die Erde geschaffen hat, der uns in seinem Hang hat. Und obwohl alle auf die Knoe sind, die drei bleiben stehen. Der König hatte natürlich nicht die Freude gehabt, ist zu den dreien Herren und hat gesagt, lacht, jetzt wird er euch verneigen, sonst geht er in den Feuerhof, den ich jetzt schon angeführt habe. Grosshof, voll Feuer, brutal heisst es, wir lesen es sogar in der Bibel, dass die, die sie dann in den Ofen geschossen haben, weil sie sich nicht haben wollen verneigen, sogar vor Hitz gerade verbrannt sind, obwohl sie nicht einmal in den Ofen reichen sind. Gut, sie haben sich, wie gesagt, nicht verneigen. Die Konsequenz war es, sie sind in den Ofen geschossen worden. Dort im Feuerofen innen verbrennen sie nicht. Stattdessen passiert etwas Interessantes. Wir lesen hier die drei Männer aber, Schadrach, Meshach und Abednego, vielen gefesselt, wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang, das war der König, Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seinen Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt und ins Feuer werfen lassen? Und die sagen ja natürlich, oh König, aber seht doch, hat Nebukadnezar gesagt, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Ganz interessantes Detail hat die Geschichte. Wir lesen nämlich, der König lässt die drei Männer ins Feuer werfen. Drei gehen eichen. Im Feuer sind vier. Und wie man kommt wieder raus? Wieder drei. Wir lesen nie in der Bibel, dass die drei im Feuer innen, wo sie gerettet sind worden, wo sie bewahrt sind worden, wo sie nicht verbrannt sind worden, realisiert und gemerkt haben, dass ein vierter neben ihnen steht. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach in ein Feuer reichen geschossen worden, stehen dort, schauen ihre Fesseln, und sagen, oh, verbrannt. Dann schauen sie sich weiter an, und sonst ist nichts verbrannt. Kein Herr auf ihrem Kopf, lesen wir in der Bibel, ist verbrannt. Nicht Kleider, nichts. Sie stehen einfach da. Und denken nur so, wieso verbrinnen wir jetzt nicht? Ja, eigentlich solltest du verbrünnen. Sie haben ja erlebt, wie die, die sich ein Geschosse auf der Stelle verbrannt sind. Aber sie sind nicht verbrannt. Und dann kommen sie wieder raus. Und dann sagt der König, das war ein Vierter. Das war ein Gott, der euch beschützt und bewahrt hat. Und dann hat er dem ganzen Volk gesagt, genau dieser Gott dürfte ihr auch anbeten. Und das ist der Gott von diesen drei jungen Mannen, die sie im Feuer bewahrt hat. Spannend ist, die drei jungen Männer in diesem Moment nichts gespürt, nichts realisiert. Aber trotzdem ist es ein Wunder geworden für die Umständen in ihrem Leben. Die Umstände haben ich gesehen, das ist ein Vierter, der sie beschützt und bewahrt. Und oftmals ist es in unserem Leben auch so. Wir erleben auch in unserem Leben, wie wir vielleicht beschützt werden. Vielleicht erleben wir es nicht einmal, dass wir beschützt werden, aber wir gehen durch eine schwere Zeit durch. Aber wir geben Gott nicht auf. Wir halten an Gott fest. Wir gehen trotzdem in die Kille, auch wenn es nicht rund läuft. Wir beten Gott trotzdem an, auch wenn wir nicht wissen, wie das gut geht in unserem Leben. Und oftmals wird genau die Herausforderung oder auch gerade die Prüfung, auch wenn wir vielleicht im Moment nicht viel spüren. Und auch nicht sehen, was Gott tut, wird aber zu einem Zeugnis für die Menschen in unserem Leben. Weil die Menschen in unserem Leben sehen, auch die sind umgegeben von der Grösse von Gott. Die sehen Hand von unserer Treue, Hand von unserem Festheben. Obwohl wir krank sind und nicht in unserem Leben, sehen sie plötzlich Grösse von Gott durch unser Leben. Ich kann es vielleicht nicht erklären, aber genau durch unser Unterwegsbleiben mit Gott werden wir zu einem Wunder. Und dann kommen wir aus dieser Herausforderung raus. Und dann sehen wir, wie Gott da war. Wie Gott uns dreht hat. Wie Gott uns begleitet hat. Darum auch, wenn Menschen versuchen, dich auszubremsen, wenn Menschen dir sagen, das kommt nicht gut, gib dir auf, denk dran, du bist umgegeben von der Grösse von Gott. Und diesen Gott gebe ich nicht auf. An diesem Gott habe ich fest. Weil genau das Festheben an meinem Gott wird mich schlussendlich weiterführen. Und das wird mich schlussendlich zum nächsten Sägen führen. Und das wird schlussendlich auch für die Menschen zu einem Wunder werden, die mich beobachten, wenn ich trotzdem den Herausforderungen treu bleibe. So ist so eine Frau gegangen, eine Geschichte, die ich vor kurzem gelesen habe. Eine junge Frau hat spätabends ihr Auto in einem Parkhaus parkiert, hat nach Hause wollen. Ich schickte aus dem Auto und sah sie ganz allein in diesem grossen Parkhaus. Als ich ein bisschen weiterlaufe, sieht sie, wie drei Männer auf sie zukommen. Je näher, dass die Männer kommen, realisiert sie, die Männer haben nichts Gutes vor. Die wollen ihr nicht helfen, die wollen ja nicht nur an ihr vorbeilaufen, die haben ganz viele schlechte Absichten. Die Männer kommen näher und näher und sie erstarrt vor Angst, weil sie weiss, ich bin allein. Und ich weiss auch nicht, wie ich aus diesem Problem so rauskomme. Und weil sie nichts mehr anders weiss, als zu beten, betet sie. Fleht Gott um Hilfe, bittet Gott um seinen Schutz. Die Männer kommen näher und näher und sie sehen, wie sie sich auf sie zubewegen. Und plötzlich, als die Männer so kommen, bleiben sie plötzlich einfach stehen. Sie schauen die Frau an und gehen langsam wieder hinter sie zurück. Als sie genug weit weg sind von der Frau, säkeln sie davon. Einen von diesen Männer haben sie dann festnehmen können. Und er hat dann folgendes erzählt. Er hat gesagt, als wir vor dieser Frau gestanden sind und sie zugehen wollten, haben wir plötzlich hinter dieser Frau einen grossen, mächtigen, muskulösen Mann. In einem Hang hatte er ein Schwert, in einem anderen Hang ein Schild. Und der Mann hat uns mit seinen Augen so krass angeschaut, dass wir nichts mehr anderes konnten, als einfach langsam zurückgehen, in der Hoffnung, dass er uns nicht nachkommt. Und als wir weit genug weg waren, waren wir davon gesäkelt. Die Frau hat in diesem Moment nichts gespürt. Sie hat nur die Mannen angeschaut, als sie ihn wollen und sie trotzdem nicht angegriffen wollten, plötzlich ein Start zu sein und einfach zurückgegangen sind. Und das dürfen wir mitnehmen, auch in unserem Leben. Diese Gewissheit und diesen Glauben dürfen wir mitnehmen. Gott umgibt uns. Gottes Engel, schützt uns. Und Gott sucht immer wieder unser Bestes. Und ich denke, wir haben alle schon erlebt, wie Gottes Engel, Gottes Gnade, Gottes Gunst, Gottes Kraft uns umgegeben hat und wir haben es vielleicht nicht einmal im Moment wahrgenommen. Warum? Weil es einfach gut ist rausgekommen. Wir haben gar nicht gemerkt, wie Gott im Hintergrund eingegriffen hat, wie Gott Wunder hat da. Und wir dürfen auch wissen, wenn wir ihm im Feuer stehen und nicht mehr wissen, wie weiter. Dürfen wir auch dann wissen, Gott ist da. Gott wird uns schützen und Gott wird schlussendlich immer wieder unser Bestes suchen. Warum? Der David sagt es so schön. Er sagt, als es mir schlecht ging, reife ich zum Herrn. Wie die Frau hat er zu Gott gerufen. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Dann lassen wir, der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz. Er rettet sie. Er erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist, glücklich zu preisen, wer bei ihm Zuflucht sucht. Der David sagt es so schön. Wer in Ehrfurcht vor Gott lebt, bei dem lassen sich die Engel Gunst und Kraft von Gott wie nieder. Oder anders gesagt, Gott umgibt uns. Nicht, weil wir alles richtig gemacht haben, nicht, weil wir die richtigen Gebete gebetet haben oder alles richtig gelaufen ist in unserem Leben, sondern, weil wir Gott Ehrfurcht gezeigt haben, weil wir Gott anbetet haben, weil wir an Gott glauben, weil wir uns entschieden haben, Gott einen Teil von unserem Leben zu sein. Weil du da bist, Gott priorisiert hast, Livestream eingeschaltet hast oder einen Podcast schaust, darfst du wissen, du hast Gott priorisiert. Seine Engel und seine Macht umgibt dich, schützt dich und wird immer wieder dein Bestes suchen. Sogar in diesen Momenten ist Gott am Werk, wo du vielleicht nicht im Gespüren und nicht im Wahrnehmen bist. Auch in den Momenten, in denen es vielleicht nicht rund läuft, darfst du wissen, hebe einfach einen Gott fest. Priorisiere den Gott. Lass Gott nicht los. Und du wirst auch dort drin erleben, wie vielleicht gerade diese Prüfung oder auch diese Herausforderung zu einem Sagen nicht nur für dich werden, sondern auch gerade die Menschen um dich herum trotzdem, dass du Gott nicht aufgegeben hast, Gott von Anfang zu sehen. Sie von Anfang zu erkennen, weil sie durch dich glauben und durch deine Treue und die Grösse von unserem Gott durch dein Leben sehen können. Darum, egal wo du bist in deinem Leben, du darfst wissen, Gott umgibt dich. Seine Kraft und seine Macht ist da. Jeden Tag von Neuem. Darum sagt Gott danken. Ehrt Gott, Priorisier Gott und alles andere wird sich von selber lösen. Immer und immer wieder in deinem Leben. Jetzt möchte ich noch beten, wenn du die Masche kannst, darfst du aufstehen oder zu? Ich möchte beten. Dass wir in der nächsten Woche wissen dürfen, ich bin nicht einfach so da. Gott ist vielleicht manchmal da oder nicht. Nein, wir sind umgegeben von der Macht und der Grösse von unserem Gott im Himmel. Gott ist da. Er arbeitet im Hintergrund. Vielleicht sind wir manchmal springen und sehen, die Ermutung auch gerade beten für uns, dass wir vielleicht manchmal mehr die geistlichen Augen sehen können. Können sehen, was Gott im Tun ist. Auch wenn wir sie im Moment nicht erleben, wir erleben sie. Aber Gott ist da. Seine Kraft und seine Macht umgibt uns. Jesus, ich danke dir. Danke dir, bist du da. Heute Morgen, in der nächsten Woche, egal wo wir stehen in unserem Leben, dürfen wir gespürt und erleben, wie du da bist. Danke dir für all die Momente und Wunder, die du in unserem Leben getan hast, die wir haben wahrgenommen. Wenn wir zurücksehen, auf unser Leben, wo wir uns gesehen und entdecken konnten, wie du uns geschützt hast, wie unser Leben so anders hätte gehen können, aber du hast uns bewahrt. Aber ich möchte dir auch heute Morgen gerade für all die Momente danken, die einfach selbstverständlich waren, weil wir gar nicht gesehen haben, wie du uns geholfen hast, weil es einfach gut ist gekommen. Ich möchte dir auch danken für all die Momente, in denen es vielleicht hart ist, in denen wir rausgefordert sind, an dir festzuhalten, in denen es nicht gerade rund läuft oder es nicht einfach ist. Aber ich möchte dir danken, dass wir trotzdem den Glauben immer wieder finden, an dir festzuhalten. Und das ist nicht nur das Wunder, was mal passieren wird, das Wunder auch für uns und die Menschen um uns herum kann werden, sondern dass auch gerade die Menschen in unserem Alltag, die um uns herum sind, dank unserer Treue an dir deine Grösse und deine Macht können sehen. Auch wenn es vielleicht im Moment für uns nicht erfahrbar ist, dass du da bist, dürfen wir aber wissen, dass du da bist. Wir dürfen wissen und spüren, dass du uns nach bist. Und darum bitte ich dich, öffne uns hier und da auch wieder die geistlichen Augen, dass wir können sehen, wie du uns umgibst, wie deine Engel da sind, wie deine Kraft da ist, wie deine Gunst vor uns geht und wie du uns umgibst. Ich danke dir, wirst du auch gerade in der nächsten Woche ein Segen sein für uns. Wirst du uns leiten, wirst du uns begleiten, wirst du vor uns gehen, wirst du uns umgehen mit deiner Liebe und Nähe und wirst du uns an den Rücken stützen, gerade in den Momenten, in denen wir vielleicht nichts mehr mögen, aber dass wir dann trotzdem an dir festhalten können. Und dass wir die Entscheidung wieder zu einem Boden werden können, wo wir dich spüren und dich erleben können. Merci vielmals. Amen. So genial hast du eingeschaltet. Wir wünschen und hoffen, dass auch genau diese Celebration oder Predigt dir hilft, weiterzukommen in deinem Glaube und auch du kannst entdecken, was Gott noch alles bereit hat für dich. Und wenn du merkst, dass du noch irgendwo gerne ein Gebet hättest, dann melde dich einfach, wir würde von Herzen gerne für dich beten. Oder auch wenn du sonst Fragen hast, melde dich bei uns. Wir geben uns das Beste, für auch dir zu helfen, dass du deine Träume entdecken kannst und auch du ein Segen für die Menschen in deinem Umfeld kannst werden. In dem Sinne bis gesendet und hab's gut.